Auge um Auge, Zahn um Zahn, Liebe und Gehorsam vereinbaren. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Die Eingangsfrage ist ein Videokommentar, den ich nachfolgend vorlesen werde. Und ich möchte gleich an dieser Stelle anmerken, prüft die Verse in den Klammern für das rechte Verständnis. So heißt es in diesem Kommentar, sollst du ihn zu Tode steinigen? Wie deckt sich das mit Liebe deine Feinde und widerstehe nicht dem Bösen, denn die Rache ist mein, spricht der Herr. Das ist doch ein Widerspruch, oder? Die Frage, die sich sehr oft stellt, warum heißt es im Alten Testament so, also du sollst ihn zu Tode steinigen, und im Neuen Testament so, du sollst deine Feinde lieben? Wieso gibt es teilweise so starke Unterschiede im Wortlaut? Zunächst, es ist wichtig, den Alten und den Neuen Bund voneinander zu unterscheiden. So ist das Alte Testament fleischlich und überwiegend an die Israeliten gerichtet, das heißt, nach dem Gesetz, nach dem mosaischen Gesetz. Das Neue Testament ist geistlich und bis zu diesem Zeitpunkt ausschließlich an die Heidenvölker gerichtet, das heißt, nach dem Glauben. Gesetz und Glaube sind völlig verschieden zu betrachten. Jetzt wichtig, so erfüllt der Glaube das Gesetz, aber das Gesetz nicht den Glauben. So ist der Glaube das notwendige in Anführungsstrichen Update bzw. Erweiterung zum Heil im Geiste. Das Gesetz ist der alte, unvollkommene Bund und nimmt Bezug auf den irdischen Adam und der Glaube ist der vollkommene Bund und bezieht sich auf den himmlischen Adam, welcher Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Nun, wie kann man jetzt beide Aussagen miteinander vereinbaren? Warum sollte jener Mensch gesteinigt werden? Ganz einfach, damit der Mensch mit der lauteren und gottesfürchtigen Gesinnung nicht von einem verblendeten, gottlosen bzw. Götzendiener vom Quell des Lebens bzw. vom Quell lebendigen Wassers weggeführt wird. So war der Sinn und Zweck hinter der Steinigung, dass der gläubige, gottesfürchtige Mensch nicht gottlos und gesetzlos verloren geht, wie jener, der sich bereits von der Quelle des Lebens entfernt hat. So heißt es auch passenderweise in 5. Mose Kapitel 13 Vers 6 So wurden aber im alten Bund die Anordnungen Gottes leider von den meisten Israeliten verworfen, weil sie überwiegend nach ihrem eigenen Sinn gehandelt bzw. gewandelt sind und mehr auf Menschen als auf Gott gehört haben. Die Steinigung war in diesem Sinne also eine Art Vorsichtsmaßnahme, damit der Mensch, der damals im Gesetzesgehorsam wandelte und von Gott geprüft wurde, nicht abtrünnig wird. Die erste Parallele an dieser Stelle, diejenigen, die dem Gesetz damals nicht gehorsam sein wollten, jene Menschen wurden fleischlich gesehen, um ihr Leben gebracht. Auf der anderen Seite, zur heutigen Zeit im neuen Bund, werden die Menschen, die dem Glauben ungehorsam sind, geistlich verblendet. Nun eine wichtige Frage an euch. Was ist wohl schlimmer? Ja, wir sollten nicht vergessen, was der Herr Jesus in Johannes 6, 63 gesagt hat. Dort hat er gesagt, der Geist ist es, der das Leben schafft. Das Fleisch hilft nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. So wurde also der Mensch bzw. der Israelit damals, ich wiederhole, damals nach dem Gesetz im alten Bund und nicht nach dem Glauben im neuen Bund gerichtet. Deswegen unterscheiden sich die Prüfungsweisen von Alten Testament und Neuen Testament ganz offensichtlich. Das Alte Testament ist nach dem Gehorsam des Gesetzes und im Fleische, das Neue Testament dagegen nach dem Glauben und im Geiste. So heißt es in Matthäus 5, Verse 38 bis 39. Ihr habt gehört, dass den Alten geboten worden ist. Ich wiederhole, dass den Alten geboten worden ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich dagegen sage euch, ihr sollt dem Bösen, andere Übersetzungen oder der Bosheit keinen Widerstand leisten, sondern wer dich auf die rechte Wange schlägt, dem Halte auch die andere hin. Ja, Hinweis, Gesetze auf Stein, das Alt, Gesetz Christi ist aktuell und neu. So möchte Gott der Vater, der Allherrscher im neuen Bund ebenso vor Abtrünnigkeit retten, indem er nun nicht mehr nach dem Gesetzesgehorsam im Fleische richtet, sondern bestmöglich im Menschen selbst aus bzw. im Glauben. Es geht also im Alten Testament und im Neuen Testament immer darum, die lautere Gesinnung und Gottesfurcht bzw. den Gehorsam zu behalten bzw. den Quell lebendigen Wassers, den Quell des Lebens nicht zu verlassen. Verlassen wir nämlich die Wahrheit, wenden wir uns logischerweise der Lüge zu und der Vater der Lüge sollte jedem bekannt sein. Deshalb handelt unser Vater im Himmel immer zu unserem eigenen Besten. So werden im neuen Bund diejenigen verblendet, die dem Glauben nicht gehorsam sein möchten. Das heißt, die Prüfung des Glaubens ist eine andere als die Prüfung des Gesetzes. Die Prüfung des Glaubens ist für diejenigen, die im Geiste Gottes wandeln, sich von jenem schlechten Einfluss, unter anderem auch von Andersgläubigen abzusondern, um sich nun geistlich gesehen nicht zu vergiften. Damals so und heute so. So gilt es nun, nachdem der Eingang im Geiste eröffnet wurde, in der Liebe Gottes, welche dem ein oder anderen zuteil wurde, in sich zu bewahren. Und das geht eben nur, wenn man sich nicht, ich wiederhole nicht, auf das niederträchtige Niveau von fleischlich gesinnten Menschen herablässt. Jemand beleidigt dich, beleidige nicht zurück. Jemand schlägt dich, schlage nicht zurück. Warum? Ganz einfach. Wenn du es tust, gibst du dem Widersacher Raum, dich im Geiste zu verderben, damit du dich Stück für Stück vom geistlichen Heil in Christus Jesus entfernst. Wenn du dich vom Sohn Gottes entfernst, entfernst du dich von Gott, dem Quell? Denn der Sohn hält geistlich gesehen die Tür für uns auf. So ist der Wandel im Glauben ebenso eine Vorsichtsmaßnahme, nur in einer anderen Ausführung wie unter dem Gesetz. Ganz gleich, damit das Feuer im Geiste bzw. das Licht nicht durch die Taten der Gottlosigkeit verdunkelt werden bzw. zum Erlöschen kommen. Zusammengefasst, es ist also kein Widerspruch, da die Bündnisse und deshalb auch die Aussagen verschieden und anders zu betrachten sind. So ist es vielmehr eine Ergänzung von alten auf neuen Bund, die uns zeigt, dass die fleischliche Betrachtungsweise nicht mit der geistlichen gleichzusetzen ist. In 1. Korinther 2, Verse 13-16 heißt es, Jetzt wichtig, Ja, die Hauptintention dahinter bleibt immer die gleiche. Also ganz egal, ob Auge um Auge, Zahn um Zahn oder Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es ging bei beiden Beispielen immer darum, sich nicht vom Quell des Lebens zu entfernen bzw. Gott beständig anzuhängen in Wort und Tat. Ja, und das war es auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe auf jeden Fall, ich konnte euch mit diesem Video wieder etwas Erkenntnis dazu schenken und wünsche euch gottesreichen Segen in Jesu Namen. Wie immer gilt, prüft, prüft alles, behaltet das Gute und nährt euch vom Wort laut Matthäus 4-4. Und so Gott will, bis zum nächsten Video. Euer Christian. Ciao, ciao. 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 Ciao.